ja simon norbert die haben jetzt zwei wochen gemeinsam alpleben hinter euch es ist sonntag simon schon kurz vor der abfahrt wie war es so also ich war schon positiv hingestellt bevor er gekommen ist also das erste interview habe ich gesagt mich freut schon und es war wirklich so der simon war sehr nett also wir haben sehr gut zusammengepasst und jeder tag war schön ja und simon du hast auch fleißig geholfen habe ich gehört ja mir hat es auch sehr gut gefallen ich habe überall mitgemacht damit man nicht fad wird und damit ich am besten einen einblick bekomme im stall und im wald und feuerwehrfest und aha also auch die angenehmen seiten des alplebens genossen und du hast nicht nur gebloggt du hast auch fotobuch gemacht ja ich habe jetzt zwei wochen nebenbei die erste woche nur die zweite woche nebenbei fotografiert und was soll ein fotobuch daraus werden da sind wir sind wir schon sehr gespannt auf das produkt das dann raus kann ja dann sage ich euch beiden danke 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 schön merci und schauen wir was nächstes jahr passiert